ZipGate ist kein typischer Telefonieanbieter. 2004 haben wir Internet-Telefonie nach Deutschland gebracht. Seitdem sind wir unterwegs auf der Schnittstelle von Internet und Kommunikation. Komplexität und Einfachheit, Innovation und Design. Unser Erscheinungsbild zeigt unsere Mission in einem Symbol. Es vereinheitlicht unser Produktportfolio und schafft gleichzeitig Raum für Innovation und Weiterentwicklung. Denn eines können wir nicht – stillstehen. Wir denken ständig neu, bleiben anpassungsfähig, reagieren und erfinden uns neu. Statt in den Status quo investieren wir mit Vollgas in agile Zukunftslösungen. Willkommen bei ZipGate, den Pionieren der Internet-Telefonie.